Auberginne. Auberginne ist eine der beliebtesten Gemüsepflanzen. Auberginne ist sowohl die ganze Pflanze als Auberginne, wird aber auch die Frucht der Auberginenpflanze bezeichnet. Auberginne wird auch bezeichnet als Melanzani. Auberginne gehört zu den Nachtschachtengewächsen. Auberginne wird auch als Eierpflanze bezeichnet und die Frucht der Auberginne wird als Eierfrucht bezeichnet. Auberginen haben kleine lila Blüten, sie sind kleine bis größere Pflanzen und Auberginen sind entweder schwarzhäutiges Gemüse, kann aber auch lila sein oder weiß. Die jungen Früchte, die etwa 20 cm groß sind, die jungen Früchte werden besonders gern gegessen, gebraten, gekocht oder gedünstet. Es gibt asiatische Gemüse, die auch im rohen, also asiatische Formen, die auch im rohen Zustand genießbar sind. In Deutschland wird die Auberginne typischerweise weich gekocht oder weiß gebraten, weich gedünstet gegessen. Auberginne hat verschiedene Mineralstoffe. Auberginne wird seit mehr als 4000 Jahren angebaut. Sie stammen aus Asien. Vermutlich wurden sie von den Arabern, den Sarazenen in Andalusien zum ersten Mal kultiviert. Vermutlich sind die Auberginen aus Persien gekommen, vielleicht auch aus anderen Teilen Indiens. Auberginne schmecken besonders gut in der mediterranen, orientalischen und türkischen Küche. Auch in Indien sind sie sehr beliebt.